Ganz einfach Haare zeichnen, darum geht es in diesem Video unter anderem und damit heiße ich euch recht herzlich willkommen hier auf dem Zweitkanal. Wie ihr sehen könnt, habe ich parallel schon wieder an einem neuen Motiv gezeichnet und das sogar auch fertig bekommen. Ich habe das halt mit dem Druckbleistift gezeichnet, den ich euch beim letzten Mal vorgestellt habe aus dieser Japan Firma oder wie auch immer die hieß, ich habe es jetzt gerade nicht im Kopf. Jedenfalls habe ich mit diesem Bleistift und dann noch mit dem Radiergummi das Bild gezeichnet und ich habe mich halt dazu entschieden, das Bild ein bisschen weniger aufwendig zu machen, also eher skizzenhaft zu halten. Das hat zum einen den Grund, dass ich mir dachte, es wäre doch eigentlich mal ganz cool, auch mal so ein einfaches Bild zu zeichnen, wo ich dann halt auch mal darauf eingehen kann, wie man auch relativ einfach Haare zeichnen kann, ohne die immer so komplett krass auszuarbeiten. Außerdem der andere Grund war, dass ich halt ein bisschen Bedenken hatte, dadurch, dass ja nur eine Mine bei diesem Stift mit drin war, die auch noch gebrochen war. Wenn ich da jetzt irgendwie so ein komplett großes Bild angefangen hätte und sagen wir mal, irgendwie der längere Teil der Mine wäre dann auch nochmal gebrochen, dann hätte ich das Bild irgendwie nicht beenden können, weil ich ja nur den Bleistift zum Zeichnen nehmen wollte. Das war mir alles so ein bisschen zu heikel, darum habe ich diesmal einfach mal so ein kleineres Motiv gewählt. Und es ist eigentlich auch mal ganz cool, dass es dann mal keine drei, vier, fünf Stunden dauert, bis ich das Bild fertig hatte, sondern das relativ schnell in einer dreiviertel Stunde erledigt war. Ja und ich habe mir auch überlegt, dass ich zwei verschiedene Videos aus dem Videomaterial mache. Zum einen halt die Vorstellung des Bleistifts, wie ich überhaupt, also wie der funktioniert hat, wie der mir gefallen hat und ob ich den empfehlen kann oder generell halt einfach so ein normaler Produkttest, wie ich es schon öfter mal gemacht habe. Und dann das zweite wäre dann halt nochmal so ein explizites, wie kann man einfach und schnell Haare zeichnen. Also so Haare zeichnen als Thema ist eigentlich immer recht beliebt und wird immer ganz dankbar geklickt auf dem Kanal. Und außerdem, ja ich dachte so, es ist vielleicht auch nicht für jeden immer, war es immer so komplex und richtig detailliert Haare auszuarbeiten. Manchmal ist es ja auch ganz cool, wenn man die nur andeuten möchte und vielleicht hat man auch nicht, also mir geht es ja selber auch so, ich habe ja auch nicht immer Lust, die Haare komplett auszuarbeiten. Und wenn man dann so eine Methode wie hier hat, die nur so anzudeuten, das ist eigentlich ganz cool. Also das sind halt hauptsächlich ganz schnelle und einfache Striche, die halt möglichst den Haarverlauf nachahmen. Da ist es halt so, dass man sich da einfach nur so den groben Verlauf der Strähnen anguckt und den ganz schnell anskizziert. Im Video werde ich da nochmal genauer drauf eingehen, was man denn da beachten sollte. Also, dass man sich halt so die Hauptsträhnen, sage ich jetzt mal, raussucht und sich an denen orientiert und so versucht, die Details einfach wegzulassen. Das hat mit dem Bleistift hier ganz gut geklappt, weil der halt sehr sanft, sage ich jetzt mal, über das Papier gerutscht ist. Und dadurch, dass der halt auch ein bisschen breiter war und die Spitze nicht so zentriert auf dem Papier aufsitzt, konnte man halt auch die Linien ein bisschen breiter ziehen. Und so hat man nicht so diese harten, klaren Striche, sondern eher so sanfte und ein bisschen breitere Striche, was gerade bei dem Haareanskizzieren ziemlich zugute kommt. Gut, dann kann ich euch auch mal noch die Vorlage zeichnen, von der ich in dem Fall abgezeichnet habe. Hier habe ich es wieder so gemacht, wie ich es halt in dem letzten Video auf dem Hauptkanal schon erklärt habe, wie man halt einen Zeichenstil mit einer neuen Vorlage kombinieren kann. Da habe ich mir eben so ein Bild rausgesucht, was einen recht einfachen, skizzenartigen Stil hat und den dann wieder auf diese neue Zeichnung übertragen. Da ist dann dabei dieses Bild hier rausgekommen. Und ich weiß, das sieht nicht ganz so aus wie die Vorlage, ist aber auch nicht schlimm und war jetzt auch nicht unbedingt mein Ziel, dass ich das damit erreiche, dass das genauso aussieht. Es geht einfach nur darum, dass es einfacher ist, wenn man eine Vorlage zur Orientierung hat und dann kann man dann, wenn man das möchte, auch bewusster von der Vorlage abweichen. Ja Leute, damit wisst ihr also, was demnächst hier auf dem Kanal ansteht. Und ich bin auf jeden Fall auch ganz froh, dass ich mal so ein kleineres Projekt hatte, was jetzt schon zumindest vom Zeichnen her abgeschlossen ist. Denn so kann ich mich auch mal wieder an ein größeres Motiv wagen, was ja dadurch, dass ich hier jede Woche ein Video bringe, immer nicht so einfach ist, weil man ja immer wieder neuen Content braucht, den man dann da einfügen muss. Und da ist es manchmal ein bisschen schwierig, die Zeit zu finden für auch mal wieder größere Projekte. Mal gucken, ob ich das jetzt nutzen kann dafür und mal wieder ein umfangreicheres Motiv mir aussuche. Werde ich mir jetzt die nächsten Tage überlegen und werde euch natürlich hier auf diesem Kanal, damit es auch auf dem Laufenden halten. Okay Leute, das war es dann für heute. Also macht es gut und wie immer viel Spaß beim Zeichnen. Bis zum nächsten Mal.